Also ich bin mal wieder ein großer Fan von kurze Ankündigungsvideos und zwar Livestream heute 16 Uhr, also am Sonntag, jetzt gleich demnächst Das Ding ist, ich hab's deswegen nicht früher ankündigt, weil ich mir nicht ganz sicher war ob ich das mache oder nicht und das tut mir ganz so leid Spiele Skyrim und eventuell vielleicht, wenn ich dann noch Lust habe, noch irgendwas anderes vielleicht mache ich noch ein paar LOL Community Runden Ich hab keine Ahnung, wie viel Bock ich da noch drauf hab nach einem Skyrim Livestream Ich werde auch nicht so lange Skyrim machen, also LOL ist gar nicht mal so unwahrscheinlich Das werden wahrscheinlich höchstens 2 Stunden Skyrim, wenn's hochkommt Also anfangen tue ich jetzt 16 Uhr, beziehungsweise der Pre-Stream wieder 15 Uhr wenn ihr alle Fragen an mich habt, was ihr nochmal vorkommt Dann wäre der Pre-Stream auf jeden Fall gerade noch die Gelegenheit mir schnell welche zu stellen Ja, also dann 5 Stunden vorher anfangen und dann auf Skyrim gucken Jetzt falls kann es ja auch bald durch sein, danach gehen wir sowieso erstmal die Inhalte durch die ich in Skyrim spielen kann Mal gucken wie lange, ob das überhaupt noch 2 Stunden reicht der Mod Obwohl, na gut, mal schauen wir dann Auf jeden Fall dann bis dann gleich Also Twitch.tv slash Burnout.tv, kennen wir ja schon